Hier präsentiere ich euch den Adidas Supernova Sequence 5. Er ist ein komfortabler Schuh für alle Überpronierer, also für Läufer, die bei der Abrollbewegung zu stark nach innen einknicken. Um Fehlbelastungen zu vermeiden, wurde die Innenstütze pro Moderator jetzt komplett neu konzipiert. Der Schuh läuft sich damit noch komfortabler. Die aktive Adiprin Plus Dämpfung im Vorfußbereich führt zu einem kraftvollen Abdruck in deiner Laufbewegung. Gleichzeitig passt sich die entkoppelte Ferse ganz individuell den Bodenbeschaffenheiten an. Gerade so, wie es der natürlichen Abrollbewegung des Fußes entspricht. Für den nötigen Grip auf feuchten und trockenen Untergründen sorgt die Continental-Außensohle. Die Passform des Supernova ist schon traditionell ausgezeichnet. Auch Läufer mit schmaleren Füßen finden darin einen perfekten Halt. Durch die spezielle Fersenkonstruktion wird dies noch weiter verstärkt. Der Adidas Supernova Sequence 5 ist für Läufer geeignet, die einen Schuh suchen, der mit hohem Tragekomfort und hoher Stabilität ausgestattet ist. Ihr bekommt dieses Modell in allen Runnerspoint-Filialen oder direkt bei uns im Online-Shop unter www.runnerspoint.com. Untertitelung des ZDF für funk, 2017